Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Investieren oder Konsumieren. Den meisten ist es nicht wirklich bewusst. Ich habe diese Erkenntnis auch noch nicht so wirklich lange, dass man einfach immer unterscheiden muss zwischen einem Investment und einer Ausgabe. Ja, und natürlich, im Alltag muss man das natürlich nicht immer ganz so streng sehen, aber man sollte sich zumindest darüber im Klaren sein. Und ihr habt es ja schon im Titelbild gesehen. Es geht jetzt in dem Falle mal ganz konkret um Uhren. Ich hatte ja schon ein paar Videos gemacht in letzter Zeit zu meinen Vermögenswerten und heute geht es mal um die Investition in Sachgüter. Ja, also ein Investment in Lego, das kennt ihr ja schon, das habe ich ja schon gezeigt, aber man kann natürlich auch wunderbar in Uhren investieren, muss natürlich auch wieder hier einige Sachen beachten. Und ich habe das auch gemacht und wollte euch da heute mal ein paar Sachen zu erzählen. Ja, vom Background her kann ich nur sagen, ich war mal auf einem Event und habe da den Alex Fischer live erlebt. Und dann hat er eben so gesagt, dass reiche Menschen oft gemeinsam haben, dass sie investieren und konsumieren miteinander verbinden und so Ausgaben oder ihren Lifestyle, sage ich mal, sinnvoll finanzieren, indem sie halt teure Sachen kaufen, die aber ihren Wert erhalten und nicht jetzt irgendwelchen Schrott, der nach kurzer Zeit wertlos ist. Und da hat er mehrere Sachen aufgezählt. Zum einen natürlich ja Rolex-Uhren und unter anderem auch Möbel von USM Haller. Diese Möbel, die kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal irgendwo beim Arzt, beim Notar, beim Anwalt wart. Ja, also so ganz klassische Möbel im Stecksystem. Guckt einfach mal nach, was die Dinger kosten und dann guckt mal nach dem Gebrauchtmarkt. Die Preise werden regelmäßig angehoben. Man kann die Dinger eigentlich gebraucht kaufen und in zehn Jahren für das gleiche Geld oder für mehr verkaufen. Probiert das mal mit irgendeinem Ikea-Regal. Ja, also hat mich schon mal sehr inspiriert. Und dann aber auch das Thema Rolex. Weil klar, also ich meine, jeder kennt irgendwie die Marke, kann damit irgendwie was verbinden. Der eine vielleicht eher positiv, der andere negativ. Aber was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, ist, man kann nicht einfach so in ein Rolex-Beschäft gehen und einfach jede x-beliebig Uhr einfach kaufen. Egal, wie viel Geld man hat, sondern man muss in der Regel drauf warten. Natürlich, jetzt kann man sagen, wenn jemand da zehn Millionen auf den Tisch legt, dann wird der wahrscheinlich sich schon was überlegen, wie er diese Uhr beschaffen kann. Aber üblicherweise ist es so, dass man hier wirklich mit sehr, sehr langen Wartezeiten rechnen kann. Ja, und Alex Fischer hat dann eben gesagt, man kann sich halt eine Uhr kaufen, hat dann halt ein Schmuckstück und kann das Schmuckstück dann, wenn man möchte, irgendwann mal später verkaufen. Und hat in der Zwischenzeit ein schönes Teil besessen getragen, wie auch immer. So, hingegen, wenn man sich jetzt irgendwie was, eine Fake-Uhr kauft oder so, dann kostet die ja auch Geld. Aber man bekommt das Geld nie, nie wieder. Und das ist eben, ja, mir vorher so nicht bewusst gewesen. Also habe ich mich dann erstmal schlau gemacht und, ja, hatte das Thema gar nicht so auf dem Schirm. Und dann erstmal festgestellt, es gibt tatsächlich YouTube-Kernäle, die sich mit nichts anderem befassen als mit Uhren. Und, ja, dann dachte ich mal einfach irgendwann mal so, also meine Frau war hochschwanger. Es war kurz vor der Geburt von unserem ersten Kind. Und wir waren unterwegs und ich bin dann an so einem Rolex-Laden vorbeigekommen. Oder beziehungsweise an einem Juwelier, der auch Rolex geführt hat. Und bin dann einfach rein, ne, im Poloshirt und kurzer Hose. Und habe dann einfach gesagt, ja, ich interessiere mich für eine Submariner. Und möchte die gerne vorbestellen. Und dann, ja, hm, okay. Habe mich dann da hingesetzt, wurde dann beraten. Und dann, ja, sie kennen ja dann sicherlich die Situation. Das wird dann eine ganze Weile dauern. Ich kann ihnen da nichts versprechen. Also das dauert normalerweise ein Jahr oder eher noch länger. Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem. Mir ist halt nur wichtig, ich hätte gerne für meinen Sohn eine Uhr. Die ist dann aus dem Geburtsjahr, hoffe ich mal. Und dann kann ich das dann ja wunderbar irgendwie auch miteinander verknüpfen, das Ganze. Dass ich irgendwann mal sage, zum 18. oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich mir dann einfach so gedacht und auch ihm so erzählt. Also stimmte ja auch, war jetzt nicht erfunden. Und, ja, drei Monate später klingelt dann mein Telefon oder mein Handy. Und ich konnte dann endlich meine Uhr, also der eine oder andere hat es ja vielleicht auch schon gesehen. Ich trage sie ja auch eigentlich jeden Tag an meinem Handgelenk. Und konnte die dann nach drei Monaten meinen eigenen, ja, Listenpreis habe ich bezahlt. Damals 2019 7.750 Euro. Ja, ich weiß, ihr kippt jetzt wahrscheinlich um, wenn ihr da nicht erfahren seid in dem Bereich. Und ich muss aber sagen, ich habe mich da auch wirklich vorbereitet. Weil bevor ich die Uhr bestellt habe, war mir schon irgendwie klar, irgendwann hole ich mir mal so ein Ding. Aber ich habe ein bisschen Angst. Was heißt Angst? Das ist auch wieder dieser Umgang mit Geld, den man erstmal trainieren muss. Ich habe wirklich ein bisschen Respekt davor, die nicht kaputt zu machen. Und dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe mir eine Automatikuhr gekauft. Erstmal, um zu gucken, wie das Ganze so abläuft. Und das ist hier wirklich ein ganz, ganz billiges Modell. Ihr seht, die ist, auf beiden Seiten hat die einen Glasboden. Also das fand ich schon ganz, ganz schick. Klar, also das Aussehen ist ja wie immer Geschmackssache. Aber ich fand die eigentlich ganz cool. Ich habe die nämlich bei jemandem gesehen, beim Stammtisch. Und dachte, boah, was ist das denn für eine krasse Uhr? Und dann hat er gesagt, ja, ist nicht so wirklich toll. Ich habe da jetzt auch 8 Euro nur für bezahlt. Und die muss man halt aufziehen. Und man kann da wirklich richtig sehen, wie sich die mechanischen Teile da drin bewegen. Also ich habe jetzt hier nicht so eine geile Kamera. Gerade mit meiner Webcam nehme ich das hier auf. Aber ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen. Das fand ich halt sehr beeindruckend. Und habe dann wirklich diese Uhr ungefähr ein Jahr lang getragen, um zu gucken, ob ich denn irgendwelche Kratzer da reinmache. Und nach einem Jahr musste ich feststellen, oh, ich habe ja wirklich gut aufgepasst auf die Uhr. Ich bin jetzt bereit fürs nächste Level. Und dann habe ich halt die andere Uhr auch jeden Tag getragen. Einfach so. Mir gibt das dann auch nochmal so ein persönliches Gefühl der Sicherheit. Ich habe halt immer ein paar Monatsgehälter, sage ich mal. Oder zumindest immer so ein paar Monate, die ich damit überbrücken könnte. Egal, was passiert. Ich könnte die Uhr jederzeit verkaufen für mehr. Und ihr könnt ja einfach mal den Spaß machen. Guckt mal einfach Rolex Submariner 2019. Einfach mal bei eBay Kleinanzeigen oder im Internet gucken, was die Dinger kosten. Das hat schon eine enorme Wertsteigerung gegeben. Und da bin ich halt natürlich unheimlich stolz drauf. Wobei ich jetzt natürlich das nicht mit dem Hintergedanken gekauft habe, dass ich die jetzt in nächster Zeit verkaufen möchte. Aber es ist doch ein gutes Gefühl, dass das Geld nicht weg ist und dass ich da jederzeit wieder drankomme. Und auch dieser Sicherheitsaspekt, ich kann sie nicht essen, ja, in der Notfallsituation. Aber da gibt es halt diesen Spruch, irgendwie, du kannst mit einer Rolex von überall auf der Welt immer sicher nach Hause kommen, weil du die überall auf der Welt immer verkauft bekommst und damit halt, ja, deinen Rückflug sozusagen auf jeden Fall bezahlen können wirst. Und, ja, habe ich zwar nicht vor, dass das in nächster Zeit vorkommt, aber nichtsdestotrotz fand ich das eigentlich ganz cool. Und das ist eben so dieser Unterschied. Also das ist für mich eine Investition. Da weiß ich, das Geld kriege ich immer und immer wieder. Und, ja, hier habe ich halt 8 Euro ausgegeben und die 8 Euro sind für immer weg. Während das halt in der Regel immer mehr wird. Jetzt gibt es natürlich vielleicht den einen oder anderen, und sagt, ja, das ist ja alles eine Blase. Aber wenn man sich einfach mal die Wertentwicklung anguckt bei Rolex und auch wie das historisch sich so verhalten hat, dann bin ich da doch sehr zufällig sichtlich, dass das auf jeden Fall funktioniert. Denn Rolex hebt auch Jahr für Jahr immer wieder die Listenpreise an. Die ist natürlich jetzt auch wieder mittlerweile teurer geworden, das Modell. Beziehungsweise wird gar nicht mehr so gebaut. Gibt jetzt ein Nachfolgemodell. Das sorgt dann eigentlich immer dafür, dass der Vorgänger immer ein bisschen teurer wird nochmal. Und, ja, Jahr für Jahr werden die Preise angehoben. Und wenn das dann mal irgendwann so sein sollte, dass die Uhren nicht mehr gefragt sein sollten, dann macht das Rolex ganz geschickt. Und zwar verknappen die dann einfach die Produktion, um sozusagen die Nachfrage wieder ins Gleichgewicht mit dem Angebot zu bringen. Und das machen die schon wirklich seit Jahren. Und die machen auch kein Black Friday oder irgendwelche Sonderangebote. Das ist wirklich echt gut gemacht von denen, finde ich persönlich. Ist natürlich für den Kunden echt schwierig. Und deswegen macht euch da keine Illusionen. Ihr könnt nicht einfach in so einen Laden reingehen und sagen, ich hätte da gerne mal eben eine und nehme die dann mal morgen mit oder so. Also das ist wirklich richtig schwierig. Und das ist, muss man auch dazu sagen, das ist auch noch wirklich ein Einsteigermodell. Noch viel schlimmer ist es bei einem Modell, das nennt sich halt Daytona. Könnt ihr einfach mal googeln. Die kostet so Listenpreis etwas über 10.000 Euro. Und die wird auf eBay Kleinanzeigen irgendwie so zwischen 25.000 bis 30.000 Euro gehandelt. Und da dachte ich halt auch, ja komm, gehst du einfach nochmal später nochmal in den Laden und lässt dich halt auch mal auf die Liste schreiben für eine Daytona. Ja, um es mal gelinde zu sagen, ich wurde halt ausgelacht. So nach dem Motto, ja, bauen Sie mal ein bisschen Historie hier bei uns auf und dann gucken wir nochmal weiter. Also nur, dass ihr mal so ein Gefühl bekommt, was da so abgeht. Ja, und das kann man sich natürlich bei allen Sachen fragen. Deswegen USM Haller Möbel habe ich natürlich auch auf dem Schirm. Wobei, wenn ihr euch da mal so einen Fernsehschrank oder irgendwie sowas kauft oder mal eben so ein Sideboard, da seid ihr direkt mal 2.000, 3.000 Euro los. Und da schrecke ich dann doch nochmal ein bisschen zurück, weil, ja, Möbelstück werde ich jetzt wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht verkaufen. Und, ja, ich lege da jetzt auch nicht so viel Wert drauf. Ich muss aber auch dazu sagen, vorher war ich auch nicht so der Uhrentyp, aber jetzt achte ich da natürlich schon irgendwie ein bisschen drauf. Und mir gefällt sie auch immer noch sehr jeden Tag. Seit über zwei Jahren, ne, habe ich da immer noch meinen Spaß dran. Und von daher mache ich mir natürlich immer Gedanken, bei einem Auto muss das jetzt so ein teures sein, kriege ich das Geld irgendwie wieder zurück beziehungsweise habe ich da irgendwie einen langfristigen Mehrwert von, ja klar, ich komme damit zur Arbeit. Aber irgendwann ist da auch so ein Grenznutzen erreicht, dass das Auto nicht unbedingt den Mehrwert liefert, den ich halt ausgegeben habe. Ihr habt ja letztens gesehen, ich bin da so eine S-Klasse gefahren. Auf Instagram habe ich da eine Story zugemacht. Könnt ihr auch noch in den Highlights euch angucken. Listenpreis 190.000 Euro, aber die sieht man halt nie wieder. So schön das auch war, damit zu fahren. Und, ja, die Gedanken mache ich mir halt vor vielen Ausgaben. Aber bei manchen bin ich mir natürlich auch bewusst darüber, dass das halt einfach Spaß ist, dass ich auch einfach mir das mal gönne. Und bei meinen, ja, Sachen, auf die ich halt bewusst verzichte, dachte ich mir halt einfach mit der Uhr, ja gut, das passt jetzt, das machst du mal einfach. Ja, ich hoffe, das war auch mal für euch interessant. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, gut, ich habe da jetzt auch mal in einen Gegenstand investiert und zähle das sozusagen auch immer zu meinen Vermögenswerten dazu. Und ich hoffe, das hat euch irgendwie gefallen. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und natürlich, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. So, macht's gut.